Läuft schon? Mir schon? Ja? Ja. Ja, ich kriege noch keine Fragen. Ich darf einfach drauf los. Deswegen weiß ich gar nicht so recht, was ich sagen soll. Ich sage auf jeden Fall 1.000 Dank und danke ist irgendwie gar nicht genug für das, was ich mir gerade da draußen gezeigt habe, gegeben habe. Die ganzen Plakate, die ganzen Sprechchöre, das ging runter wie Öl. Das war einfach nochmal das absolute I-Tüpfelchen für mich in den letzten zwölf Jahren. Ich glaube, wir haben so viel erlebt, so viele schlechte Zeiten, so viele gute Zeiten. Und das ist natürlich heute nochmal ein absolutes Highlight gewesen. Und momentan fühlt es sich noch gar nicht so nach Karriereende an, sondern irgendwie denke ich, dass ich in zwei Wochen hier wieder aufdribble. Aber ich werde das Ganze hier gerade alle zwei Wochen am Melanchol aufzulaufen, um die Atmosphäre zu genießen. Das werde ich absolut vermissen. Das wird mir sehr, sehr fehlen. Ihr Jungs und Mädels auf der Tribüne, ihr werdet mir sehr, sehr fehlen. Aber wer weiß, was das Leben für mich noch bereithält. Insofern, ich werde im Verein verbunden bleiben. Und vielleicht sieht man sich ja eines Tages hier wieder am Millern-Tor. Und das ist vielleicht eine kleine Aufgabe für mich in den nächsten Jahren. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Macht's gut und adios.